Musik Ich freue mich sehr hier zu sein. Das ist halt so, ähm, weiß ich nicht, München Filmfest ist tatsächlich, glaube ich, das Fest, wo ich fast alle meine Filme gezeigt habe, sei es jetzt Fernsehen oder was für das Kino. Und jetzt haben wir ja gerade auch noch hier im Museum so eine Arbeit gezeigt, Rheingold und hier über Barbarossaplatz gerade. Ich weiß nicht, ich schätze das sehr. Für mich ist das irgendwie einer der schönsten Anlässen im Jahr eigentlich, was so diese Festival-Gelegenheiten immer so hergeben. Und das ist eine schöne Reise hier. Und ich finde dieses Münchner Publikum toll. Die Mischung der Leute, die hier hinkommen, irgendwie aus Branche. Und, ähm, sozusagen, ja, echtem Publikum. Sehr schön. Und normalerweise scheint ja auch die Sonne. Das ist ja eigentlich immer ganz schön im Sommer hier in München. Und jetzt gerade ist es halt ein bisschen weniger, aber sehr nett. In Wahrheit natürlich am besten, um ins Kino zu gehen gerade. Musik